Herzlich Willkommen zu einer neuen Abendausgabe von John Gossens, der Dax, heute am Montag, dem 20. Mai 2019. Der heutige Wochenstart, alles andere als gut ausgegangen für den deutschen Aktienmärkten, diese verlor 1,61%. Politische Unruhen machen sich mehr und mehr breit über den internationalen Aktienmärkten. Nein, es handelte sich diesmal nicht um den Handelskrieg, sondern Trump schießt gegen den Iran scharf, droht hier schon auf Twitter und das alles schmeckt natürlich nicht den internationalen Aktienmärkten, denn politische Unruhen haben natürlich auch gewisse Unsicherheiten. Man weiß nicht, wie sich das Ganze hier zuspitzt und entsprechend weitergeht. Dies führte eben auch dazu, dass der deutsche Aktienmärkte, wie schon eingangs betont, um 1,6% dann zurückfiel. Altes Spiel somit wieder. Wir kämpfen hier um den alten Abwärtstrend, um den noch intakten Aufwärtstrend. Sollte das durchbrochen werden, ist das nächste Ziel 11.500 Punkte. Nur ein Ausbruch über 12,3, 12,4 würde das charttechnische Bild entsprechend auffällen. Dann noch ein Blick auf die Daimler-Aktie. Heute auch wieder nicht gut gestartet in die neue Börsenwoche, denn gleich um 2,5% ging es hier nach unten. Nach zuletzt einem Anstieg bis knapp 60 Euro hat die Aktie jetzt schon wieder 8 Euro an Wert verloren. Also hier sieht man auch, welch große Volatilität in zwischen Qualitätsaktien im DAX 30-Segment vorliegen. Also auch hier muss man entsprechend schauen, wie das Ganze nun weitergeht in die Richtung von 50 Euro. Könnte es natürlich wieder mittelfristig interessant werden, aber auch ein erneuter Test eben der letzten Tiefpunkte. Ja, vielleicht sogar in Richtung 43, 44 Euro in den nächsten Monaten. Könnte es vielleicht sogar nochmals gehen, bevor es dann wieder den nächsten Angriff auf 60 Euro gibt. Warten wir es ab. Es bleibt sehr spannend. Volatilität ist uns garantiert. Und in diesem Sinne noch einen schönen Abend und bis morgen!